Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Und es war eine sehr, sehr spannende Woche im neuen Jahr. Nachdem die letzten zwei Wochen nichts passiert ist, haben wir diese Woche einen ordentlichen Dump bekommen. Auf 50 US-Dollar sind unsere Zone leicht verfehlt, die wir noch eingesetzt haben. Vor dem neuen Jahr haben wir noch ein Video gemacht. Leider Zone knapp verfehlt, aber was nicht ist, kann ja möglicherweise noch kommen. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer anschauen. Unsere Long-Position damit leider erst einmal vom Tisch. Leider, aber gut, was wollen wir mal machen? Neue Chancen kommen auf jeden Fall. Bevor wir hier doch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk-und-Signal-Gruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, natürlich auch zu XRP. Und ansonsten würde ich sagen, ja, auf jeden Fall auch die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet. Und wenn ihr XRP traden wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 57. US-Dollar-Cent. Man muss hier sagen, wir haben eine ordentliche Erholung wieder gesehen. Nachdem wir diesen Dump innerhalb von Minuten hatten, und das hat mich ein bisschen, muss ich ehrlicherweise sagen, bei XRP verwundert, wir sind hier 21,8% innerhalb von einer Stunde gefallen. Und warum hat mich das ein bisschen verwundert? Hat einerseits den Aspekt, wir haben ja im letzten Video, letzte Woche darüber gesprochen, dass sich in dieser Struktur seit Wochen nicht geändert hat. Jetzt überlegt mal, wir traden hier seit November oder Anfang November hier in dieser Range zwischen 62 US-Dollar-Cent und knapp 70 US-Dollar-Cent in der Spitze. Wir haben nach oben hin natürlich noch diesen massiven Wig, der natürlich hier oben noch mit dem Golden Pocket und sowas übereinstimmt. Das ist das eine. Aber an sich hat sich hier wenig getan. Und wir haben ja darüber gesprochen, wir hatten eine Altcoin-Season oder haben die immer noch so in einem gewissen Maße. Und dann habe ich ja auch gesagt letzte Woche, okay, ich bin ein bisschen enttäuscht davon, dass sich bei XRP überhaupt nichts tut. Also wo kommen diese ganzen Liquidationen her? Ganz einfach gesagt, wir hatten hier unten noch so eine kleine Ineffizienz, die haben wir auch immer noch. Die hat nämlich der Markt sich auch noch nicht zu 100% geholt. Da können wir mal ganz kurz diese Linie hier ein bisschen runtersetzen. Das ist die Ineffizienz. Und wenn wir hier mal noch die Vektor-Candles anmachen, sehen wir auch, okay, wir haben hier unten noch so eine kleine Vektor-Candles. Das heißt, hier unten liegen schon noch Long Orders. Trotzdem, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich etwas überrascht gewesen, dass wir in so einem Ausmaß so eine Korrektur bei XRP sehen. Wir hatten es natürlich im kompletten Kryptomarkt, also nicht nur auf XRP bezogen. Wir hatten bei den Altcoins, wir hatten bei Bitcoin 10% Dump, wir hatten bei den Altcoins zwischen 20 und 30% einen Dump. Alles okay, nachdem diese Altcoins aber auch teilweise 100, 200% gestiegen sind und sehr, sehr hohe Hebel drin waren. Bei XRP hat das überhaupt nicht den Anschein gemacht, aber sei es drum. Auf jeden Fall. Grundsätzlich hat sich an dieser Thematik erst einmal nichts geändert. Wir sind im 4-Stunden-Timeframe, seht ihr hier ganz gut. Dieser WIG wurde sehr, sehr schnell wieder aufgekauft. Wir haben einen 4-Stunden-Close in unserer Supportzone wiederum drinnen gehabt, aber trotzdem ist es sehr, sehr ugly. Wir haben ja vorher noch darüber gesprochen, die Zone hier unten um 0,47 US-Dollar Cent, das ist die Zone, die ich gerne testen würde. Wir ziehen das mal hier ganz kurz rüber. Und nach oben hin haben wir jetzt auch, trotz Erholung von Bitcoin gestern, nicht die Ineffizienz nach oben hin gefüllt. Also auch sehr, sehr negativ. Also der Chart momentan überhaupt nicht meiner Meinung nach hier zu gebrauchen. Besser wäre es gewesen gestern, okay, wir versuchen hier zumindest mal diesen Preisbereich um 62 US-Dollar Cent nach oben hin zu durchbrechen, beziehungsweise mal anzutesten. Dann hätten wir die Ineffizienz nach oben hin gefüllt, könnten hier einen Short machen und dann nach unten hin Richtung 0,49 oder 0,47 US-Dollar Cent. Und dann hätten wir die wichtigsten Preisbewegungen erst einmal abgehakt und könnten weiter steigen. Und das ist auch jetzt mal grob der Plan. Gehen wir mal in den 1-Stunden-Timeframe. Auch hier sehen wir natürlich diese richtig ugly Candle mit sehr, sehr viel Volumen und natürlich danach auch einer schönen Buy-Candle. Also hier in diesen Preisbereichen liegt auch noch eine Menge Liquidität, die sich der Markt früher oder später noch holen sollte. Sinnvoller wäre es meiner Meinung nach aber, erst einmal die ganzen Shorts nach oben hin zu killen. Das würde dazu passen. Heute möglicherweise ein Bitcoin-ETF, der genehmigt wird. Heute sehen wir nochmal steigende Kurse in den Altcoin-Märkten, natürlich dann auch bei XRP, um dann diese wiederum zu liquidieren, nochmal einen letzten Dump zu machen und dann in einen Bullrun reinzukehren. Ihr könnt euch daran erinnern vielleicht, wer das Video geschaut hat. Letzte Woche, das war ja auch so ein bisschen meine Prognose. Meine Prognose sieht ja eher so vor, dass wir maximal nochmal so Kurse bis 43 US-Dollar Cent sehen. Diese Kurse könnten schneller kommen, als uns lieb ist. Ich habe es heute früh im Video gesagt bei Bitcoin. Wir hatten damals dieses El Salvador Crash gehabt, wo es innerhalb von Stunden 30% nach unten hin ging. Das könnte auch dann XRP drohen. So fair muss man sein, weil wenn Bitcoin fällt, wird natürlich auch XRP fallen. Und geben wir jetzt nun mal von dem jetzigen Stand aus, dann wären es genau 30%. Und das ist wirklich so mein bearishstes Ziel dieses Jahr für XRP. Jetzt muss man noch ein bisschen runterziehen, das hat es anscheinend ein bisschen verschoben. Das wäre mein bearishstes Ziel, 40 US-Dollar Cent. Das uns noch drohen könnte. Aber das sind meiner Meinung nach nur Einkaufskurse für das ganze Jahr über, die wir auf jeden Fall nutzen können. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sich der heutige Tag jetzt auf jeden Fall entwickelt. Kurzfristig wäre eine Erholung meiner Meinung nach wünschenswert, dass wir hier zumindest mal hochkommen Richtung 0,62 bis maximal 0,63 Liquidität fischen. Und dann Dump sehen, dann können wir hier oben einen schönen Short Entry machen mit einem Risk, sage ich jetzt einfach mal, von knapp 2%. Das ist noch überschaubar für den derzeitigen Markt. Aber dafür haben wir auch einen Risk Reward. Wenn wir das jetzt mal nach unten hin mitnehmen sollten, zumindest mal bis zum WIG von 20%. Also 1 zu 10, sehr, sehr gutes Ratio, was wir hier dann möglicherweise hätten. Da werde ich euch aber auf jeden Fall dann in der Telegram-Gruppe nochmal auf den Laufenden halten. Ansonsten gibt es momentan wenig zu sagen. Wir müssen momentan eher ein bisschen auf Bitcoin gucken. Das ist leider so momentan die Realität. Wenn der ETF kommt, wie reagiert der Markt? Komplett Moon. Oder sehen wir dann eben diese letzte, möglicherweise allerletzte Korrektur bei XRP in Richtung des Preisbereichs von 0,40 bis 0,43 US-Dollar Cent. Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare unten reinschreiben. Würde mich riesig interessieren, was ihr davon hält. Ihr habt ja schon eure Prognosen angegeben. Manche waren komplett wieder to the moon dieses Jahr, aber auch sehr, sehr viele. Und das muss ich auch wirklich euch mal loben. Sehr, sehr viele humane Prognosen dieses Jahr, die auch so ziemlich mit meinen Prognosen übereinstimmen, was wir dieses Jahr bei XRP erwarten können. Also Respekt. Wir haben hier sehr, sehr wenig Moon-Gelaber auf diesem Kanal. Freut mich auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, gerne auch zu Bitcoin, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder zu einem Video. Ansonsten, wenn ihr nur XRP schaut, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Freitag. Bis dahin. Ciao, ciao, schönes Wochenende und wie immer, stay crypto.